Krass, also wirklich. Ähm, Moment mal ganz kurz, hier sehe ich gerade ein Video, bei dem ich mir denke. AMGGT habe ich alle. Oh shit! And in the place, the city. Oh shit! Yo, oh my god! Junkadella, who definitely came together with the wall in the number 50 Mercedes. If we go back and have a look at the replay, if they do show us that, as we go on board now, he definitely touched the outside wall of Reservoir Bend. Doesn't look as though there's major damage to the car, but will keep you informed as to whether... Oh no! Oh, mayhem! And there's millions and millions and millions of dollars of damage. here at the mighty Macau. And that is one of the worst GT accidents I've ever seen here. And in the place... Ach, du heilige Scheiße! Ich glaube, da wurde die ein oder andere Felge mitgenommen. Alter, tschau, wie viele Autos! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alter, da ist ein Safe nochmal hinten. Das ist ein Safe 15. Solche überkrassen Rennwegen, die einfach kaputt sind. Uh, Alter, was ein Sachschaden muss hier angefallen sein. Heilige Scheiße! Was für everybody is okay? Scheiß auf die Leute! Die Autos, Jungs! Was ist mit den Autos? Was ist das? Die Leute! Das ist ja wohl eine absolute Frechheit! Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist echt heftig. Also, Junge. Ey. Fuck, Alter. Wie viel Schaden ist da entstanden? So ekelhaft in der Kurve, Mann. Junge, Junge, Junge. Also, sowas ist echt krank, Mann. Aber ich hoffe, dass niemandem was passiert ist. Okay. Das hat mich gerade in den Kommentaren... In den... In den Dings geschickt. Warst du das, Digga? Hoffentlich nicht, Digga. Zu Simon. Gla Под Julian. Viktor Hohmann. Er hat sich legét choices. Ein Bild, er hat schule er. Ich sch boxes säger. Ben, dem du weٍkt... Neida ist ja völlig klar. Sie sind? seu Teuf. da gibt es sich elf ello. das war ja weiß. Untertitelung. BR 2018